Moin Leute, willkommen zurück zu ASTRONIA mit dem Verbindungstypen Toh oder gut XD Hi, ich geh fast nach oben und dann noch reißen wir sie hoch Wir sind in der letzten Folge, mehr gesagt, ich bin in der letzten Folge verreckt Oh, komm schon, geh doch hoch Diese Kamera ist so scheiße, immer noch Nach zehn, keine Ahnung wie lange Nach drei Monaten immer noch ne scheiß Kameraqualität, dieses Spiel Die Rakete bewegt sich nicht mehr, die denkt sich auch nur so, du Hurensohn Oh Ich krieg die Rakete nicht mehr gezogen, was ist das? Warte Kannst du es lassen? Ich bin müde Warte, hier machen wir den Kompressen Ich bin müde Du musst ja immer die Rakete nehmen, weil ich seh nichts, die ist in mir drin Was? Ich steh mir jetzt Weiß ich was Ich hör dieses Geräusch, Alter I didn't see anything Oh, komm Sieh jetzt was Im Stuck Ja, danke Warte, ich muss... Geh, ich bin Stuck Aufnab Äh, bist du schon oben? Warte, wir schon oben Ah, hier sind irgendwelche Stucken Äh, hier wollen wir da, da ist erstmal bei Pflanzen gekommen Hier oben ist glaube ich am gefährlichsten Und da sind wir gestorben, da drüben Ja, hier ist sogar ein Pflanzen Ja, oh Gott, das ist eine Touristpflanze Herr Dracker Ne, hier bist du gestorben, ich war doch auf der anderen Seite, ich bin doch die Berge langgegangen Vergessen, da hinten die Berge Ah, Gift Oh, okay, oh, okay, oh, die schliess ich, die macht nur Gift Alles gut Äh, ja Oh, scheiß jetzt mal auf meine Sachen, ich mein ich hatte ja nicht so geile Sachen mit außer die Bohrer Stuhl Oh Was ist das hier eigentlich? Weiß das, was mir grad aufgefallen ist? War ich nicht derjenige von uns beiden, der die Bohrstärke, die diese Rakete, hilft Ja, deswegen Ich geh immer Rakete her Äh, du gehst zu alientempo und ich geh, eh, den hinterher Du musst dann zu tönen Ja, ich mein ja, beim Berg, also genau da hinten, auf der anderen linken Seite von dem Berg, da waren ja die Sachen, die ich ja hatte, weißt du? Mhm Jetzt überleg dir mal Wenn die jetzt weg sind Oder wegen, weil, als wir verloren, ähm, als wir hier doch rausgegangen sind, haben wir ja gefühlt alles verloren, ne? Oh 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 Oh, was ist das denn hier? Äh, das ist ne Todespflanze Wie, ich war ungefähr, kommst du kurz mit? Äh, ein bisschen Pflanze, ganz okay Oh, ein bisschen, nur ein Stück mit der Rocket her Nur ein Stück Ja Also geh in diese Richtung die Berge hoch, ich komm durch nach Wo war, ne Aber wo ist denn richtig gestorben? War's wirklich hier? Ja, ich bin bei den Bergen gestorben, vergessen, da ist meine Rakete mit mir in die Luft gesprungen Also müsste da irgendwo ein riesen Krater sein War's wirklich die Serien-Temper, oder war's doch ein anderer? Ne, das war der Ich mein, du hast ihn grad auch in der Mitte gesehen Ne, ich glaub das war ein anderer Jason, weil Nein, das war der, hier ist, hier ist der Hier ist der Hügel Warte, 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 warte Ne, warte, warte Komm auf den Hügel, komm auf den Hügel Ich seh den nicht am Horizont In die Richtung ne Leiche Ja, das ist meine neue, ich bin doch vorhin gestorben, hallo? Echt? Diese Scheißpflanzen mit diesen Dornen, die machen einen Schuss und du bist tot Frage ist jetzt, aber wo ist denn unsere Kommst du kurz mal mit, ich weiß wo ich gestorben bin, komm mal mit, meine andere Leiche lag, komm mal Ja, warte kurz, warte kurz Ich bin doch hier bei den Bergen, ich bin doch hier hochgegangen irgendwie Mit meiner Rakete Ich glaub da erinnerst du dich auch noch Ich komm, bitte Ich mein Hier ist sogar der Riesenkrater, wir sind sogar hier richtig Irgendwo hier müsste ein Riesenloch sein, in dem Boden, sucht nach einem Riesenloch Hier brauchen wir hier Sauerstoff, ich sterbe hier gerade Ja Ja Ist mal verrecken Warte mal, lass die Rakete einfach stehen, ich hab doch Verbindungen, hallo? Ja, benutze ja Warte kurz Warte kurz, warte kurz, warte kurz Aber ich glaub das war nicht hier, das sah anders aus Ähm, ihr seht alles selbst Ich bin, ich bin vor dem Alien Tempel gestorben, das weiß ich noch Ja und ich bin auf dieser Seite hier gestorben, ich bin bei den Bergen hier gestorben Ich weiß nicht, wie weit weg ich gestorben bin Müssen wir mal gucken Weil es kann jetzt nicht sein, dass auf einmal alles weg ist, oder? Ne Das ist ja leicht schräg gefühlt Glaub nicht, das ist Aber das ist der Fall jetzt schon Alien Tempel Geil, dass er sich auch so geil auseinander halten lassen Aber es, es sieht alles gleich aus, aber ich glaub es doch noch ein bisschen anders aus Ne, warte Als du gestorben warst, ne? Hattest du was im Inventar? Ja, ich hatte die Bohrer Nein, also grad eben, auf dem Planeten Ah ne, da hatte ich nur die Lampe Hä? Okay Das ist sogar der richtige, das ist sogar der richtige Berg Sag jetzt nicht, dass hier auf einmal automatisch auf einmal alle Sachen weggepackt sind Ich glaub wir auch fliegen kurz noch mal Ich glaub wir sollen noch mal kurz in den Outfit fliegen und gucken, ob wir den anderen eben Tempel nochmal sehen Aber es ist schon etwas schräg, wenn es jetzt der hier ist Und unsere Sachen auf einmal plötzlich weggepackt sind, ne? Dann ist es irgendwie schräg Aber ich bin auch noch nicht gestorben Ich glaub nicht, dass es nach einer Zeit kaputt geht Ja, als wir hier gelandet sind Eigentlich müsste ich ja auf meiner, auf der Karte ja sehen Warte, bist du schon drin? Ja Naja, du bist da hinten Bin ich? Na geil Können wir? Jo Wir warte, also Hier ist einer Oh, ganz am Anfang war auch noch einer Ich bin zweifelig stark, dass da auch was ist Ja, warte ich jetzt Und denk doch an unseren Kraftstoff, ne? Wir haben noch 30% 25% Also pro Verbrauchen wir 5% glaube ich Man sieht auch gar nichts, Digga Man sieht absolut nichts Das sind zwei Videos, wo wir nicht mehr Okay, da ist einer in der Nähe Genau hier Wenn wir in den Wolken hier auch landen Ne, aber ich glaub da bist du gerade eben gelandet Warte mal Also es gibt einen, wo du entfernt ist Und Tut mir leid, aber hier sieht irgendwie alles gleich aus Ja, hier bin ich gelandet Ja, bist auch gestorben Ah, hier seht wortwörtlich Seht hier alles gleich aus, ne? Ne, hier bin ich nicht gestorben Ne, 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 ne Und hier sind wir auch nicht gelandet Weil Hier ist es keine Berge Ne, 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 ja Hier nochmal wieder ab Also, okay, also merken Der hier nicht Ja, ich muss auch sagen Hier sieht irgendwie alles selbst gleich aus Auf diesen Kackplaneten, ne? Ne, die nicht Wollen wir mal überall kurz landen Magst du diesen Planeten eigentlich auch nicht? Ja Ja Ja, hier sind wir nicht gelandet Also Du kannst ja mal ausprobieren Da ist auch ein Alien Temple in der Nähe Ja, doch das war genau hier Genau hier waren wir Rechts in die Bär Warte mal Warte mal Oder? Guck mal auf deine Karte In deiner Nähe In deiner Nähe Das ist deiner Sache Warte mal Hier ist noch, komm her Noch? Ja, hier waren wir Ja, hier sind wir gespawnt Hier war ja eine Pflanze Hier, ich erinnere mich noch Hier war eine Pflanze Die hast du weggesorgt Ach, nee Oh, nee, 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 nee Ich geh nicht weiter War es wirklich hier? Guck mal, was vor uns steht Wasser Guck mal richtig hin Siehst nicht Sehst du diese Pflanzen? Aber bist du da ja nicht längs Das sind die One-Shotter, Alter Nee, rechts Bist du auch hier längs oder nicht? Hä, wieso krieg ich keinen Sauerstoff? Auch wenn ich grad bei der Rakete... Hä? Hä? Warte, 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 lass dich kurz die Rakete stehen Entschuldigung Bitte bleib mal kurz hier, ich komm gleich wieder Welche Richtung bist du jetzt nochmal? So, ich geh mal kurz hier rechts Ähm, ich mein natürlich links Hier ist sehr viel Gemisch Nee, hier, nee, wir sind hier nicht gelandet Bin tot, bin tot, bin tot, bin tot, bin tot Sag jetzt nicht Raketen sind Ufff Ist die Rakete weggeflogen? Ist die Rakete weggeflogen? Naja, alles gut, aber ich bin fast weggeflogen Ich sterbe hier! ORE! Was ist denn? Bin tot! We haben eine Rakete So lange die nicht kaputt ist, alles gut Nein, bitte nicht, bitte, komm schon Bitte ausdauern Nein! Ich will nicht! Nein! Ist doch grad irgendwas in die Luft geflogen, was war das? Ähm, also hier sind 10 Raketenpflanzen auf einem... auf einem Fleck Ja, hier sind wir auch nicht gelandet Da hinten sind keine Berge, lass ich Ey, da hinten sind keine Berge, wir sind da nicht gelandet Ja, also rechts waren Berge, aber... Da waren in unserer Nähe, waren keine Höhlen und auch keine ganzen starken Krader Und nicht so viele Pflanzen Ja, okay, Nächste Kein Bock Sag jetzt nicht, wir machen ja eine ganze Folge nur, wo wir Arthrocks durchsuchen Du wursach Arthrocks Ich will unsere Sache, ich will ja nicht, dass wir Bruststecken wieder machen müssen, ne? Die Stufe 3, Dinger Weil wenn die jetzt weg sind, dann haben wir, haben wir ja gefühlt einen Arschtritt ins Gesicht Und in unserer Nähe war Crash Canyon bloß ein hässlich Äh, warte, 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 warte Wo bist du jetzt aus? Warte mal, ja ich guck ein bisschen nach Drei Zwei Eins Du musst einsteigen Okay, dann lass doch kurz nach Hause Ich meine Hier ist nicht mehr Ey, ja, mal wirst du wo gelandet sind erstmal Hä? Aber wenn jetzt alles weggepackt ist, ne? Oder unsere Karte irgendwie verpackt ist, was wollen wir dann tun? Dann ist unsere Karte... was ist hier das mich jetzt mal gucken ich glaube ich hier sehr vor paar minuten was mich mal kurz hier gucken ist das die mit der der lampe ich glaube ich das ist noch ganz knapp. Ja. Ist das die mit der Lampe? Ja, ich habe die Lampe gelootet. Lauf, 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 keiner kennt mich. Hä? Okay, ich glaube unsere Sachen sind verloren gegangen, als du das Spiel einfach gequittet hast. Ne, glaube ich nicht. Was, wenn das so ist? Wenn ist das so? Ja, dann musst du ja wieder die Bohrstufe 3 erschaffen, ne? Ja. Ja, so unglaublich toll waren die jetzt auch wieder nicht. Wir haben jetzt zum Glück den unendlichen Herzlosenbuck jetzt. Warte, hier rechts waren wir noch gar nicht. Das ist gerade vorwürdig fast ein ganzer Hof, ne? Neu heimfliegen. Ne, hier sind wir nicht geflogen. Ich meine, guck mal hier. Ne, doch, warte. Ne, warte. Nein, 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 er müsste ein Alien-Tempel sein. Oh, ich probiere kurz mal den hier. Wie viel Treibstoff hat noch unsere Rakete? Nicht mehr viel. Wir bevorzeigen da, okay, wir können auch ab. Ja, wir können nicht mehr fliegen. Wir sind gestrandet. Ja, aber kein Problem, weil wir können die Rakete easy wiederholen. Das ist ein ganz nice Trick. Wir machen so. Wir packen hier Leuchtfeuer hin, damit wir genau wissen, wo die Rakete ist. Und mach mal eine rot, dann heißt das gefährlich. Haben wir vielleicht noch Platz für die Sachen, die ich habe? Ja, aber... Die legen wir aber vor die Rakete, oder? Ja, aber zumindest, äh... Hab ich schon mal, wie witzig das aussieht, wenn du stirbst. Äh, soll ich kurz mit der... Ne, warte. Okay, wie kann man nochmal respawnen? Äh, Option... So, hier zum Start und da kommt Flussbohrner. Äh, recht, ja. Äh... Hier ist ein Messer, der Squidge. Äh, wie ist das Spiel? Total verbuggt geworden. Wir haben so viele Folgen und gefühlt die Hälfte der Folgen, sie wären nicht einmal gestorben, ne? Oh... Ja, du kannst... Ja, jetzt sind wir alle tot. Jetzt haben wir verloren. Willst du die Erde wieder reinmachen? Äh... Okay. Das ist übrigens auch ein neues... Wir haben viel zu viel Metall. Müssen es wieder in den Orbit schießen. Ich glaube, lass uns das erstmal bei Harz lassen, oder? Ja, äh, du musst einmal Harz machen. Einmal Harz. Weil nur damit kannst du die kleinen, äh... Kanister bauen. Wie wollen wir jetzt ne kleine Rakete bauen? Ähm, ne riesen Rakete bauen. Wir haben nur ein extra Schiff. Ja, wissen wir ja nicht. Wir können die Rakete ja wiederholen. Wir können einfach wieder landen mit der kleinen. Und die haben auch kurz vorhin. Und wie soll ich da mit rein? Ja, muss ja nur eine Person machen. Und der andere bleibt hier und macht was noch. Äh... Achso, du willst die Rakete dann erstmal hierher bringen, oder? Ja. Okay, dann machst du das noch und dann gehen wir für heute erstmal Pause machen, weil ich glaube, das wird echt stressig morgen. Oder willst du das machen? Naja, ich lass dich ja nicht mal die Ehre. Aber, äh, da... Ja, da muss... Ah, okay. Ähm, okay Jason, ich hab ne Aufgabe dann für dich. Wenn du willst. Krieg mich. Ja, aber, äh... Porkwiss. Was für Hogwarts? Porkwiss. Was für Curry? Äh, hier ist ein leerer Tank. Was für Currywurst? Das ist ein leerer Tank. Äh, wir brauchen nämlich... Haben wir eigentlich Glas? Also für die, äh, Sauerstofftanke? Dann können wir uns beide welche machen. Oh, wir haben unendlich. Aber, äh... Ich hatte auch einen am Mann Leichen. Am meiner Leiche und den will ich noch viele haben. Diamant, Burscht, Anpassungsstufe 3, Alter. Boah. Okay, Jason. Das Einzige, was du machen musst, ist... Die Rakete mal los schicken. Und, äh, Graphite oder so. Graphite brauchen wir. Ja, wenn du sagst... Das musst du sagen wir mal. Okay, ich mach uns erstmal beiden was, um zu überleben. Wenigstens haben wir nen Glas für... Keine Ahnung. Kohlenstoff. Ähm, wo hast du denn das Schatz hingepackt? Hm? Hinten rechts. Hinten rechts? Hinten rechts? Hinten rechts, ne? In dem Keramik. Meinst du zu Mitte, oder? Naja, rechts, also... Ja. Aber, das ist links. Du verwirrst mich gerade. Alter, hören Sie bitte auf. Ich hab Ihnen nix angetan. Wir haben zu viel Metall. Schlimm. Hier, Klaas. Okay. Ja. Wirst du denn auch einen Sauerstoff-Tank? Ja? Komm, ich mach für uns beide einen Sauerstoff-Tank, ne? Nö, äh, äh, ich will eigentlich den... Anderen haben. Geh, Jason, kannst du gerade Katie wieder durchschicken? Das ist einmal deine Aufgabe jetzt. Kannst du kurz nur warten? Sauerstoff-Tank... Okay, aber ich weiß nicht, wie immer noch einmal. Komm mal her, komm her, ich hab ein Geschenk für dich. Was ist denn? Äh, da, 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 da. Sie nehmen es jetzt an. Okay. Sie küssen damit sie ein bisschen länger überleben, weißt du? Mhm. Ich glaub, es ist ja mal greifend. Ach, hier ist ja die... Ganz kurz vergessen, wo ich die Rakete... wo die Rakete ist. Oh Gott. Äh, wenn da vorne schaust du einfach... Äh, äh, was uns noch fehlt und was dann noch... Und? Was machst du nach dem Abschluss, außer... 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 hier Dings... Führerschein und wahrscheinlich Berufsschule? Nichts. Das ist so gesagt auch genauso wie ich etwas Urlaub. Ja. Und am 7.7. sehen wir uns alle wieder, ne? Auf jeden Fall. Grafit, ne? Ja. Äh, und wenn der Tank voll ist, der ist ja zur Hälfte voll, dann nimmst du... Äh, der Rater dann... Ich glaub, ich lasse noch mal ein paar Tanky hier. Äh, dann bitte den noch auf. Du verwirrst mich hier jeden Tag. Also wenn der voll ist, nimmst du einfach den noch mal voll. Wir haben fast kein Gemisch, mehr ist das ja... ähm... Ja, unser Gemisch ist voll, Jason. Wir haben zwei volle Tanky gemischt. Ich tu mal nicht so, als wäre das gerade alles verbuggt schon wieder. Gar nichts ist hier verbuggt. Gar nix. Gar nix. Gar nix. Gar nix verpackt. Gar nix. So, Atox muss einfach nur das Leuchtfeuer anzeigen und mich da bitte landen lassen. Es sei denn der Wolke versperrt ist und was willst du da machen? Oh, ich bin dumm. Obwohl, ne, bin ich doch nicht, alles gut. Ich hab dir gerade Verbindung hier. Ich hab dir grad was hergestellt. Ich hoffe, das nutzt du auch. Die Sauerstofftank. Sonst sterben wir wieder an zu wenig an Luftmangel. Grundflug. Wow. Der hat 25 von 32k Feed mitgenommen. Oh mein Gott. Danke. Danke, Bruder. Danke. Danke. Bitte. Ich hab' gehofft, ich kann da ja nicht mehr landen. Bohrenpassungsstufe 3 besteht aus Diamant. Was? Diamant. Sprengpulver ist Diamant. Flutlicht. Verpacker. Kleine Kamera. Ich hab' hier nicht einfach einen, du hast hier mitgenommen. Dumme. Achso. Okay, die Atox war ganz kurz unsichtbar. Unvoll. Wieso hast du Harz an einem Bohrer gehabt? Na welchen? Da. In der Leiche. Kannst du das Zeit da eigentlich mitnehmen, was ich da hingelegt hab' oder? Ja. Du hast leuchtet, meinst du? Ähm. Ja. Und welch? Dein heißt Spawn, glaub ich. Nein, warum tut er Schrott rein? Hallo. Mh? Graffit, du Hurensohn. Äh. Äh. Du musst erst einen Graffit reinpacken. Hallo. Ich hab's rausgemacht. Hallo. Deaktivieren. Ist das ein Sitz oder ein Sauerstoff? Dings. Ah ne. Er hat doch nicht alles gut. Quatsch. Ich hör, dieses Spiel vergewaltigt mich. Ah. Oh lol. Man sieht grad richtig, dass es ein Sonnensystem ist. Ah. Alle in einer Reihe sind. Wir sind Novus und wir sind eigentlich die Einzigen, die kommen woanders sind. Wenn du mal in der Mitte des Sonnensystems siehst, siehst du es richtig. So. Alle sind ungefähr in einer Reihe. Und äh. Wir sehen jetzt nochmal kommen woanders. Meine richtige Frage ist, warum ist unser Haupt, also unser Hauptstandort eigentlich nicht den Silver. Äh. Was Silver am coolsten ist. Ich mein, willst du lieber auf Artox deine PS bauen? Ja. Ja. Äh. Gleich. Aber der Schrott fickt mein Leben gerade. Der Schrott fickt mein Leben. Ja. Warte auf deine Ausdrucksweise, hier sind Kinder an Bord irgendwo. Glaube ich. Ja, Jay sind Kinder an Bord. Wie kennst du? Äh, wieso ist hier denn jetzt auf einmal eine Riesenrakete? Äh. Äh. Was? Ja, ja. Kannst du auch lesen. Und die ist dann eher noch. Okay. Bist du bereit? Ja, das war. Bist du bereit? Bist du bereit? Ja, das war. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Okay, jetzt sagen wir mal kurz. Okay? Okay. Ich habe ständig Alpträume, in denen mein Schiff abstürzt, was keinen Sinn ergibt. Dies ist doch meine erste Mission, oder? Unbekannt es. Fehler-Menü. Globale Stabilität 52,58%. Kann man das scannen? Haben wir das schonmal ausprobiert? Kann man das scannen? Ja, haben wir schonmal. Ah, das ist das geiler Packwitzig. Ganz kurz. Sprachenlernen verlor? Äh, vergessen? Sprachenlernen vergessen. Ja. Was können wir aber immer noch mit diesen Kack, ähm, Kugel des Todes? Äh, ich glaub, die bringt gar nix. Glaub ich. Aber vielleicht brauchen wir die irgendwann mal oder so. Ne, also die kannst du craften, ne? Die kannst du so machen. Warte mal, was steht hier? Gescheiterte Experimente. Sofort verwerfen. Du kannst unendlich davon machen. Also ich glaub, ich weiß nicht, wie wichtig sie sind. Also hier steht sofort verwerfen. Hm, keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Aluminium. Okay, wir haben kein Aluminium mehr. Hier hab ich noch nen Dreck. Was? Dreck. Äh, warte kurz. Ich muss kurz... Meine Rakete fühlt sich nackt. Einmal kurz zweite Folge, wie macht man nochmal Aluminium? Satellit. Ey, die erste Folge, die war gefühlt besser als die jetzigen. Bei unseren jetzigen Folgen sind gefühlt nur noch Pech haben und fast immer verrecken. Ja. Daraus besteht jetzt unser Leben. Pech haben und verrecken. Und unser Strom ist auch fast wie alle. Alter. Ne, guck mal, jetzt geht die vierte Batterie, geht langsam alle. Ja, das Problem ist, dass halt die Taktik unter viel Strom frisst. Und die Greifarme und den großen Schredder, der alle zwei Sekunden alles schreddert. Dann holen wir uns doch mehr Strom. Ja, warte, ich kann sogar einfach wirklich das Auto hier anschließen. Wir holen uns doch mehr Strom. Was? Das war so nerv... Ey, weißt du noch, auf welchen Planeten haben wir das nochmal übertrieben mit den Windturbinen? Welcher Planet war das nochmal? Äh, wir sehen ja. Oh, weißt du das noch? Alter, ist da so eine geile Folge. Ey, wir haben... Wir wollten eigentlich auch noch... Warte, erstmal ein paar Blatterien. Den Jetpack wollten wir nochmal testen. Ne, du hast auch irgendwie so eine Brücke gebaut oder so, nach oben und du wolltest runtersliden. Ich hab gesagt, wir machen das erst, wenn wir fertig sind. Ja. Und wir haben es jetzt immer noch nicht gemacht. Musst du auch noch machen. Ja, und wir wollen noch was anderes. Jetpack. Ja, aber auch... Artrocks. Okay, den Bahnhof, dem wissen wir jetzt, was er tut, ne? Ne, wissen wir noch nicht. Wir müssen... Wir müssen erst ein... Okay, den nächsten Action-Chip, den wir mal finden, muss... Müssen... Haben wir nicht noch einen? Hm, nö. Aber... Wie ist hier Harz? Weiß es nicht, Jason. Weiß ich, wie sie hier haben. Keine Ahnung, wie hier... Wir haben überall Harz. Letztes... Ey, letztes Mal war gemischt ein Harz-Slayer und jetzt guckt ihr's mal alles an. Funktioniert das? Ich geb... Ich geb jede Sache von unseren Ressourcen drei Tage und dann ist es schon wieder weg. Äh, wieso funktioniert auch nix mehr? Oh mein Gott! Also übrigens... Würde jetzt mein PS-Bus verfliegen, eigentlich hättest du dann für die nächste... Fürs nächste Mal oder so einfach das Teil größer machen könnten, weißt du? Was größer machen können? Ja, das Quartier hier. Dann hätten wir immer... Noch größer. Dann hätten wir mehr Platz. Ja, dann hätten wir mehr Platz. Aber für was? Also... Also wir könnten sehr viele Schredder machen, wir könnten uns größere Lager... Aber doch schon. Lager-Tische machen. Ja, das können wir machen. Du wirst mein... Du wirst mein Solo-Let's Play einfach sehen, wie groß ich mein Quartier baue. Ja, ich weiß nicht mehr... Ich weiß nicht mehr... Wie wann... Alle Bieten im Legierung machen, Jason. Das musst du alle selber machen. Viel Spaß dabei wirklich. Und du musst Erde farmen. Dafür hab ich Dings. Du musst sehr, sehr viel Erde farmen alleine. Das ist toll. Mhm. Das ist jetzt... Übrigens ja... Äh... Ich hab ja am Anfang Erde gefarmt. Das ist der letzte Erde-Tank, den wir noch haben. Danach kommt das Stardew Valley-Let's-Play-Method. Oh Gott. Was... Was ist das für Stardew Valley-Let's-Play? Ich hab das Let's-Play gesehen. Alter, was war mit euch los? Ja, es war... Es war noch anders. Es war gefühlt mehr chaotisch als... Ähm... Witzig. Das war schon cool. Alter, geben die Forschungsdinger viel Abforschung. Alter, wir werden hier gebumst. Guckt so und so. Äh, Strom geht auf. Fluss. Wir werden doch nicht gebumst. Boah, alles lädt, ja. Wir werden doch nicht gebumst. Yeah. Wir werden doch nicht gebumst. Ja. Jason sagt das. Äh, ja. Ähm... Ich wollt' Sachen machen. Ich würd' sagen, ich beende jetzt erstmal nochmal die Folge. Die ist jetzt schon bei 28 Minuten. Halleluja. Ja. Okay, Leute. Das ist das mit der langweiligen Folge 2.0, wo wieder irgendwie Strom und bla 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 geladen wird. Tochtergott XD ist auch wieder immer noch am Start. Auch in der nächsten Folge und auch in der übernächsten, ne? Ja. Bis zum Ende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und bis zum Ende. nhưng bis zum Ende.